jo der angio mitternacht am zocken retro games wer kennt es nicht das sega mega drive wer kennt es nicht der ungefähr in der 80er geworden ist oder vorher und ex meine spiel sei die erste teil davon da genau eine runde drogen ex ja über der zeit morgen mitternacht Obwohl ich gar nicht öfter wache, wie ich es alle 14 Tage war. Das habe ich früher auf Amiga 500 gezogen gemacht. Guck her, ihr Schweine. Ihr Schufte. Ich zeig euch. Zack. Bam. Man hat noch ein bisschen Vergasung gezockt. Amiga 500. Obwohl ich auch Sega spiele, aber nicht nur da. Zack. Baa. Ja, ja. Warm. Mit euch Schufte hier. Das kann ich mir die Magie machen, oder nochmal? Da. Die Magie, die mein Einsame. Einmal loslassen. Da. Schau, zack. Geschafft. Was mach ich denn hier? Und neue Magie einsammeln. Baa. Zack. Mein Lagerfeuer sieht ein bisschen lustig aus, oder? Ein bisschen dürftig. Ah, falsch drauf gedrückt. Wollte ich jetzt gar nicht, ey. Ja, komm. Aaaaah. Scheiße. Hat mir runter geschlossen. Ey. Anfänger, oder was? Zack. Zack. Ey. Das ist unklar. Das sind Geräusche, oder? Oh nein, die Kinder. Wir werden drücken, wo legen wir jetzt. Ey. Komm schon. Das gibt's doch nicht. Ey. Nein, wir werden drücken. Nein. Ne, jetzt hab ich ihn. Ja, jetzt sind die Schleisse. Ich würde mal stehen jetzt. Ey. Oh, David! Ich hab genug Feuer für alle hier! Tak, tak! Tak, tak! Oh nein! Hey! Und dann hast du wieder einen Tricksack rein! Oh nein! Insaat Korn! Insaat Korn! Hey, was ist los jetzt? Oh nein! Hier bist du ein Anfänger hier! Komm schon! Hier ist das ein Anfänger! Oh, hier ist das ein Anfänger! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020